Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Sonntag feiern wir Erntedank. Erntedank ist wichtig für uns Bauern, trotz all der Krisen, vor denen wir im Moment stehen, all die Herausforderungen, die wir haben, die auch den einen oder anderen mutlos machen. Ich freue mich, dass ich eine Einladung habe, im Dom zu Münster beim Festgottesdienst mit dabei sein zu dürfen. Wir Bauern setzen uns natürlich dafür ein, dass wir genug Nahrung haben für die Menschen, auch für die Tiere, sodass die Schöpfung am Ende bewahrt bleibt.